Jackie! Schokoladenmilch. Dr. Cooper? Coop. Nennen Sie mich Coop. Dr. Cooper. Schwester Jackie. Also, was gibt's? Was kann ich für Sie tun? Sie können für mich Folgendes tun. Mir gefälligst nie wieder in die Quere kommen. Das können Sie für mich tun. Wollen Sie ans Waschbecken? Nein. Alles, was ich will, ist, dass Sie wissen, dass ich Sie genau kenne. Ich hab schon hunderte Idioten wie Sie hier bei uns rein spazieren sehen. Toller Abschluss. Sicher unter den besten 10-5% Ihres Jahrgangs. Hab ich nicht recht? Super Zeugnisse, aber ein absoluter Scheiß-Schwachkopf, wenn's um wirkliche Patienten geht. Ich kenn Sie ganz genau. Ich musste der Mutter dieses jungen Mannes sagen, dass wir getan haben, was wir konnten. Sie blödes Arschloch. Das war mein Patient. Ich hab Ihnen gesagt, er rutscht uns weg und so war's auch. Wenn ich will, dass Sie ein CT anordnen, ordnen Sie ein gottverdammtes CT an. Denn sonst geh ich einfach zum nächsten Arzt. Und wenn der's nicht tut, zum nächsten. Aber dieser junge Mann, der ist jetzt tot. Und das ist alles nur Ihre Schuld. Oh. Passiert das oder passiert das nicht? Ich kann's nicht sagen. Scheiße. Oh Mist. Verdammt. Ich... Es tut mir furchtbar leid. Oh Gott. Ich... Nein. Ich reagier mit unangemessener sexueller Berührung, wenn ich nervös werde. Ist wie... Ist wie Tourette. Es ist vorbei. Okay. Es ist passiert und vorbei. Das war's. Es ist vorbei. Ja, nein. Ich... Ich nehm damit doch keine einzige Versicherung. Ehrlich, Jackie. Das... Das ist total unabsichtlich. Ich... Ich find sie überhaupt nicht attraktiv. Wow, cool. Charmant wie gewöhnlich. Danke.